Was geht ab Freunde? Casey hier. Ich befinde mich gerade in Stuttgart im Life of Spain Titelstudio. Ich werde gerade bearbeitet und getumt. So, kleine Info am Rande. Hamburg ist auf der Tour ausverkauft. Also, ich habe schon angekündigt gehabt, Hamburg ist ausverkauft. Ihr werdet ab jetzt neue Tickets bestellen können für eine Zusatzshow. Ich werde das zweite Mal in der großen Freiheit spielen. Bestellt euch eure Tickets vor. Hamburg und sowohl auch die anderen Städte, vor allem die Großstädte, sowas wie Köln, sowas wie Stuttgart und hast du nicht gesehen, die anderen Städte, Frankfurt und so, die sind natürlich sehr schnell, was den Vorverkauf angeht. Da müsst ihr schnell sein, ihr müsst euch beeilen. Bestellt euch die Tickets vor und ab sofort auch Hamburg wieder vorbestellbar bei Event Team. Ja, wir sind in der dritten Chartwoche. Gebt Gas, holt euch auch Abstand, lernt die Texte vielleicht auswendig, kommt auf Tour, lasst uns das gemeinsam feiern. PA Sports und Kianosch werden auch dabei sein, habe ich euch ja schon bekannt gegeben. Ja, ich freue mich auf euch. An dieser Stelle haut da rein. Ja, ich freue mich auf euch. Vielen Dank.